Hallo und herzlich willkommen wieder zu Silent Hill Hardie Kollektion. Dann wollen wir mal weitermachen mit Silent Hill 2. Wieso fragt er mich schon wieder danach? Wer weiß das? Ich hab doch gespeichert. Was will der denn von mir? Achso, man kann wohl jedes Mal wählen. Neue oder auch nicht. Wieso ein neues Game? Nein, ich wollte doch kein neues Game. Achso, das wurde eben gleich angesagt. Continue. Weiter geht's. So, bin ich mal gespannt. Also, der letzte Part war ein bisschen zu kurz, hab ich gemerkt. Der war nur 8 Minuten. Komm, weil ich so aufgeregt war, dass das Spiel so neu ist. Kann ja mal vorkommen. So, ach ja, 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 genau. Hier waren wir. Hier hab ich mich, genau, hier hab ich mich gespeichert. Da scheint noch was zu liegen. Er guckt noch irgendwo hin. Denk nur da. Was liegt denn da? Ich weiß jetzt, wie er heißt. Ich hab gehört, dass er James heißt. Da liegt irgendwas. Ein Natural-Weltring, ne? Ja, geil. Das ist doch geil. Das ist richtig geil. Ich muss mich jetzt mal wieder an die Steuerung gewöhnen. Das ist schon ein paar Tage wieder her. Man findet irgendwie die Zeit. So. Erstmal muss ich die Karte überhaupt damit. Ich weiß, von welcher Richtung kam. Warum hat er dann... Ja, okay. Ah, ich glaub, dass er diese Rechtecken malt für die Speicherpunkte. Das ist schon mal gut. Wo gehen wir da am besten jetzt hin? Ja gut, wir sollten ja dem... Genau, dem Blut folgen. Hier waren ja so Blutspuren. Mal gucken, ob ich da links musste, oder... Okay, das sieht auf jeden Fall sehr interessant hier schon mal aus. Schade aber, dass man hier nicht rein kann. Schade, schade. Das ist so nebelig. Ah, es sieht hier noch... Nee, hier war ich noch nicht. Nee, nee. Schon wieder ein Wagen. Und schon wieder kann ich nicht mit sehen, was machen. Schade. Was liegt da an? Gar nichts. Wir laufen und wir laufen. Wohin, weiß ich nicht. What? Ähm, okay. Hat er ein Funkgerät dabei? Oder liegt hier zu fairerweise eins rum? Wo kommt das denn her? Kannst du das da mitnehmen? Scheiße, wir haben immer noch keine Waffe. Huch, was jetzt? Ja, geh mal da durch. Bestimmt ist das... Ähm... Was auch immer du da schüttelst. Bestimmt das Funkgerät. Neben dir ist das Monster. Ähm, neben dir? Ich meine, neben dir... Guckst du mal? Der Säurespucker aus dem Film. Ja, das ist er wirklich. Schütz dein Gesicht, Alter. Mann, ist das Vieh hässlich. Anscheinend haben wir aber jetzt ein Funkgerät. Das ist schon mal gut. Dann hören wir die Viecher wenigstens. Komm, bitte, hol den... Weiß ich nicht. Was macht er da? Ja, ne Waffe. Uh, ne Waffe. Geil, geil, geil. Jetzt komm her, Vieh. Ich klopp dir so den Schädel. Ähm. Ähm. Scheiße. Scheiße. Wie kämpft man denn? Hahaha. Für Scheiße. Ähm. Okay. Das war der falsche... Scheiße. Ich drücke mal. Ähm. Ah, jetzt hat er irgendwas gemacht. Ah. Uh, der schlägt, der war lustig. Ist es tot? Ich hoffe. Der schlägt ja komisch. Hol dir erstmal fünf Meter aus. Hoio. Äh. Okay. Nochmal. Also muss ich jetzt erstmal üben. Okay, so haut er. Uh, der Ton kam aber ein bisschen verspät. Ich wollte jetzt mal... Jetzt will ich mal meinen Status angucken. Öh, ganz kräuselig. Ich muss mal jetzt schon so ein Ding nehmen. Ach so. Was haben wir denn denn überhaupt? Brett mit den Nägeln. Nicht sehr wirksam, aber leicht zu gebrauchen. Na, das sah aber bei dir ein bisschen seltsam aus, Typi. Das üben wir nochmal. Oh. Okay. Darauf muss man erstmal kommen, dass man so zuschlägt. So. Und was hat uns das jetzt gemacht, dass wir hergelaufen sind? Ein Brett. Und ein Funkgerät. Na gut. Was stand da? Oh, halt. Lies doch nicht so schnell. Ach so. Tod könnte es diese... Tod könnte es diese Kreatur gewesen sein? Ja, natürlich. Was geht in dieser Stadt vor? Naja. So. Spuckige Monster halt, ne? Jetzt gehen wir mal wieder. Jetzt stehre es viel bestimmt auch und macht... Oh ja. Oh ja, was? Was hast du denn da Schönes? Das Ding ist kaputt. Was hat er denn da ein Radio? Ja, es wäre besser, wenn wir es mitnehmen. Können wir wenigstens, wenn Monster kommen. Okay. Den Knopf drücken. Das ist ja nicht vergessen, Mann, ey. Ach so, jetzt können wir ja überall hinlaufen. Huch! Warum machen wir so komische Fußspuren? Und dann auch nur der eine Fuß? Haha, ist ja... Och, schade. Es hat aufgehört. Och, Mann. Ich wollte damit Fußspürchen machen. Ist doch kacke. So, das heißt, wir können ja jetzt auch irgendwo anders hin. Jetzt hat er seinen komischen Schatten da gefunden, Lena. Wenn der her gelaufen ist. So. Oh, ich darf den Knopf nicht vergessen, echt. Ich dachte, man drückt nur X. Nein. Man drückt nicht nur X. So, wo gehen wir denn jetzt hin, Mr. James? James! Ich hoffe, dass ich auch richtig informiert bin, dass es James ist. Wollen wir jetzt speichern? Nein. Ach, Käsekuchen. Brauchen wir nicht speichern. Aber ich würde gerne wissen, wo wir hinwollen. Kaffee. Noch ein Kaffee. Obwohl, er hat ja das da so schön unterstrichen. Also, finde ich, gehen wir jetzt nach rechts und dann links. Wenn er das schon so schön unterstreicht. Oh, Gott. Was ist das? Äh, du Schwein, Alter. Was rotzt du mich an, Alter? Oh, Mann. Ich brauche dringend eine bessere Waffe. Der schlägt damit ganz komisch. Hallo. Hallo. Schlag doch mal richtig. Oh, alter Schwede. Alter, das Brett ist echt scheiße, Leute. Guckt euch das mal an. Das fiecht nicht. Spuckt mich eher wieder an. Muss man auch rauftrampeln? Ja. Oh, Mann. Hier scheint noch mehr zu sein. Wie? Bist du schon tot, oder was? Na, es kräuselt sich. Oh, ablegen. Nein, nein. Ich will überhaupt nichts ablegen. Nein. Hier kommen wir natürlich nicht weiter. Das war mal wieder voll klar. Kommen wir hier vielleicht irgendwo weiter? Nein. Boah, aber das mit dem Schlagen ist ja nicht so der Hit. Der schlägt total scheiße. Ne, tut mir leid. Also, ich habe echt keinen Bock auf dir. Lass mich bloß in Ruhe. Aber allein das... Warum ist der Stein so angezeigt worden? Weiß ich nicht. Ich laufe jetzt einfach mal hier längs. Hier ist eine Absperr... Ne, die ist kaputt. Boah, ich habe das Gefühl, dass tausend Stück hinter mir sind oder so. Da, da, da. Ich ignoriere euch einfach. Uah. Solange ich nicht eine bessere Waffe habe, kämpfe ich gar nicht gegen euch. Habe ich echt keinen Bock zu. Warum piept es? Explodiert hier gleich was oder was? Was guckst du da? Ach so, da. Ja, nimm den Drink. Dankeschön. Sehr nett von dir. Wo sind wir denn jetzt hier? Scheiße, vor lauter Panik bin ich hier in irgendeine... Irgendwo hingelaufen. Kann man nichts anklicken? Okay. Gott, ey. Bitte lassen Sie mal eine geilere Waffe finden. Vielleicht weiß ich nicht. Boah! Alter, habe ich mich erschrocken. Fuck, Mann. Oh, geht es dir gut? Ich habe Schüsse zum Apartment. Welchen Apartment? Welchen Apartment? Können die uns angreifen, wenn wir die Karte angucken? Aber welchen Apartment denn? Apartment. Ach, da ist irgendwas mit Apartment. Blue Creek Apartment. Das heißt, umdrehen, rechts und geradeaus. Oh, Alter, da kommen die unter dem Auto sind vor, ey. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich freue mich immer, so ein schönes Auto zu sehen und dann... Puh. Lauf einfach. James, lauf! Ich bin doch nicht gegen die Wand, Alter. Ja, guck das Vieh noch an, wie es mit Säure sprucht. Wo habe ich gesagt rechts? Naja, ich glaube ja. Oh Gott, ey. Ich laufe nie wieder zum Auto hin. Oder doch? Ne, diesmal kommt nix. Das ist nicht sehr nett von den Autos. Hier ist schon wieder irgendwo einer. Ignorier mich einfach. Ich ignoriere dich auch. Kaum ist einer mal aktiviert, ist die ganze Straße hier verseucht, ey. Boah, ich gehe nicht mehr so dicht an Autos. Was habe ich nochmal gesagt? Geradeaus? Achso, nochmal geradeaus. Und dann dahin? Ist das das... Ah, da ist noch ein Apartment. Woodside Apartment. Ist hier sonst noch irgendwo eins? Ich habe keinen Bock zum Falschen zu laufen. Aber ich denke mal, das muss hier irgendwo sein. Ah, ich hätte auch den Schlüssel angucken können, ne? Das steht doch bestimmt. Schlüssel. Oh, wie hilfreich. Super, klasse. Kauf dir ne Fahne. Kannst du laufen? Danke. Run. Gott, die ganze Stadt ist verseucht. Ich kämpfe erst wieder, wenn ich ne anstehende Waffe habe. Das Ding kannst du ja hier nicht als Waffe bezeichnen. Oh, das ist ein ganz anderes Geräusch. Warum ist hier so ein komisches... Schade, komme ich nicht rein, aber das Geräusch hat sich verändert. Keep out, keep out. Nein, ich möchte da rein. Das Apartment müsste ja auf der Seite sein, ne? Ja. Ah, da ist schon wieder irgendein Vieh da. Lass mich in Ruhe. Ich ignoriere euch einfach stark. Gott, ey. Scheiße, was steht denn da? The door. Egal. Ist abgeschlossen. Ist ja kein Problem. We have doch einen Schlüssel. Nein. Scheiße. Aber, warte mal, da steht was mit prüfen. Ah, doch, der Wut. Okidoki. Wie komme ich denn da hin, wenn da zu ist? Fuck. Kannst du das für mich übersetzen? Ah, da. Die Tür, die Dunkelheit erwacht. An sich alt drin. Oh, toll. Das war sehr hilfreich, was da steht. Oh, da ist auch einer. Ich muss... Alter, wie viele sind denn hier? Kommst du da durch? Kommst du doch durch, Alter, oder nicht? Ja. Warum kommst du doch nicht durch, ey? Irgendjemand spuckt gerade. War richtig. Hallo. Tschüss. Kommst du hier rein? Kommst du da rein? Oh Gott, ey. Das nervt mich total an. Das muss aber irgendwo hier reingehen. Ich bin mir sicher. What the hell? Was guckst du da so an? Ah. Patronen. Super. Muskel. Oh Gott, was sind hier für Geräusche? Das hört sich nicht an wie das... wie dieses Spooky-Monster. Oh. Sind wir hier beim Batscher... äh, Schlachter? Batscher, 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 Dings. Kriegen nur in Panik gerade. Dieses Geräusch gefällt mir gar nicht. Das hört sich nicht an wie ein Säure. Ja, toll. Den Kreis... Ah, warte mal. Da geht's durch, glaube ich. Bei dem... Scheiß Ding, da. Eis. Ja, ich hätt gern jetzt eins. Gib mal her. Oh Gott, ey. Das hört sich ganz komisch an. Geht's hier rein? Nein. Fashion. Ii. Was macht es da? Hä, jetzt ist es weg. Was macht es da? Was macht es da? Was soll das? Was ist denn das? Ey, guckt euch das mal an, Alter. Das zwitscht hier voll auf den Boden. Auch ein Säurespucker, natürlich. So. Ponk. Hab ich voll was verpasst. Nein, hier geht's nicht weiter. Nein. Was soll denn der Scheiß? Ähm, okay. Es ist ein bisschen sehr verwirrend hier, aber, ne? Ich hätte schwören können, dass da irgendwo reingeht. Toll, hier ist wieder so... Aber das ist doch total die falsche Seite. Ich dachte eigentlich, dass man da reinkommt bei dem... Ach, warte mal. Pet Center war ich eben. Ähm, dazwischen ist eindeutig, finde ich, eine Lücke. Renne mal rüber auf die andere Seite. Ignorier dieses Fieber- und Bohnenkrabbel einfach. Ich dachte eigentlich, dass ich hier irgendwo durchkomme. Anscheinend ja nicht. Hier dachte ich eigentlich. Ne, hier müsste die Lücke sein, wo ich dachte. Ja, hier dachte ich, da komme ich durch. Scheiße. Kannst du die nicht verkloppen? Ne, er möchte das nicht mal ankloppen, ey. Aber hier muss man noch irgendwo reinkommen. Warte mal, was ist hier? Hm. Hier ist nichts. Hier komme ich auch nicht rein. Schade. Da muss es von der anderen Seite, da irgendwo reingehen. Ich klicke jetzt einfach. Vielleicht kommst du da unten durch. Auch nicht. Okay, spring hier rüber. Es muss irgendwo eine Lücke im Zaun gehen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Kannst du mich mal bitte kurz... Das Schloss ist wohl kaputt. Ja, warum ist das Schloss denn kaputt? Ja, spuck mal. Ich ignoriere dich einfach. Ich muss aber hier rein. Ich muss hier rein. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Kannst du mal ein bisschen besser laufen? Da, hier vielleicht. Ja. Die Tür wird so angezeigt. Ja! Oh Gott, ich bin manchmal furchtbar blind. Zehn Minuten durch die Stadt umsonst. Schön, jetzt bin ich hier. Erstmal analysiere ich die Gegend. Ich hoffe, dass ich vielleicht irgendwas Interessanteres mal finde. Vielleicht eine Axt oder ein Brecheisen. Weiß ich nicht. Kommt man hier schon rein? Nein? Oh. Okay, anscheinend. Wollte ich zwar noch nicht rein, aber... Oh! Ist das dunkel! Fuck! Ist das dunkel hier drinne? Gut, es ist halt... Ach du Scheiße. Können wir die Karte mitnehmen? Ja. Schön. Das scheint wohl dann das erste Level hier zu sein. Es ist aber sehr dunkel hier. Da liegt irgendwas. Ja, ein Drink. Speicherpunkt ist hier auch. Das ist schön. Speichern wir uns auch mal gleich. Bevor ich hier noch abkratze in diesen... Achso, nein. Erstelle das neue Parkplatz, Wald. Scheiße, der Speicherland dauernd immer das gleiche. Ich wollte das überschreiten dann. Das ist ja Mist. Ah! Eine Taschenabwehr haben wir doch nicht, ne? Na ja, schade eigentlich. Es ist nämlich wirklich arschdunkel hier. Es können... Ich weiß nicht, ob man überhaupt noch ein Video das sieht. Ist abgeschlossen. Scheiße. Warum ist denn das abgeschlossen? Hauptsache, hier kommt nicht so ein komischer Spuridicki. Kann man da... Nee, kann man nichts mitnehmen. Dann guckt er ja auch immer, wenn er was mitnehmen kann. Ah, hier kommen wir rein. Taps, taps. Ah, taps, 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 taps. Ich finde das lustig, die Stapfendinger. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh! Oh, oh!